Es waren einmal wie Brüder im Wind. Ein Adler und ein Junge. Gut gemacht, Samuel! Fangen wir ganz von vorne an. Er kam als Prinz zur Welt. In meinem Tal waren seine Eltern der König und die Königin. Wie geht's, Lukas? Ein Wind, komischer Junge. Ihre Geschichte, so schien es, war vorbestimmt. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Du hast bestimmt Hunger. Ich hab ihn! Der ist für dich, Armin. Du musst ganz schnell mit den Flügeln schlagen. Komm her! Will er fliegen? Er ist noch zu jung. Dann einfach so. Und wie geht's aus? Manchmal im Leben ist es viel wichtiger, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ja! Du kannst fliegen! Ja, Armin! Ich habe ihn gefunden. Nein, mein Sohn, er hat dich gefunden. Versprich mir, dass du zurückkommst. Und wie es incidental ist. Und wie er fühlt? Und wie er trabalst dir was aufstaunkelungsmogie. Was ist